Hallo zusammen und schön habt ihr wieder eingeschaltet zu die Siedler 2. Wir sitzen immer noch in Japan fest. Wir haben da ein bisschen Probleme, sag ich mal, weil die Einheiten irgendwie nicht richtig nachrücken. Das Katapult hat wenigstens mal das hier jetzt getroffen. Nach langer, langer Zeit. Wir warten noch, dann ist der auch golden. Dann holen wir uns den Posten hier. Jetzt dem langsamer an den Kragen vielleicht. Dann rücken die Einheiten endlich mal nach. Wo ist das Lagerhaus hier? Wir haben doch so viele Generäle eigentlich. Also Reserve, die wir in den Haar kommen. Zumindest nicht hier rein, wie so auch immer. Gut, haben wir auch abgeschossen. So, alles Gold. Gut, Angriff. Gucken wir mal. Also, wir haben ihn schon fast geschlagen, militärisch. Gold ist nicht mehr wichtig. Ah, da kommen zwei einfache raus. Also ja. Die Freizeit, was es darstellt. Gut, der ist tot. Rittumschritt. Rittumschritt. Wieder verbraucht. Oh. Na dann. Ich kann eigentlich gleich noch ein Eisen hinbauen. Dass das bloß nicht zum Erliegen kommt. Ach, guck an. Jetzt kommen sie. Ich kann hier ein Katapult hinbauen und kann das da rüber werfen. Es kann auch gut sein, dass es seine Generäle schon mehr oder weniger ausgeschöpft hat. Wir nehmen es mal in keine Mützen rein. Hier lassen wir es auch. Weniger. Kann ich mit drei angreifen. Drei gegen drei, ja? Okay, da kommt ein Goldner raus. Mit dem Mittleren. Offizier. Ja, ist ein Offizier. So wie der schlägt. Gut, den Gold haben wir nicht erlegt. Das ist der Goldmina. Uh. Schauen wir mal, wie viel Geld noch da ist. Münzenstopp. Noch eine Münze drin. Und dann schauen wir, was da nachträglich hineinkommt. Generäle unterwegs. Oh. Oh. Da war ein Katapult, hm? Mist. Da hinten ist auch eins. Gibt es ja auch noch. Inzwischen sei es beim Gegner. Hier recht nicht, meistens die mit. Wir haben wohl beide drauf geschossen. Schade. Wenn ich da wollte, ich wollte wieder da schauen. Das ist der Verlust von den Katapulten. Was nehme ich da hin, damit das kaputt geht? Hier müsste ich das hier einnehmen. Dann habe ich hier ihn abgekappt. Da hier kann dann das Katapult drauf. Raus. Raus. Kann sein, dass er noch Verstärkung von den anderen Türmen her bekommt. Von hier vielleicht. Hey, das ist Jesus. Sie können bis Wasser laufen. Ja, guck an. Das ist ein Goldener. Das ist auch ein Goldener. Ah, mehr kann ich nicht hinschicken. Da weiss ich wohin oder was. Wollte ich ganz recht sein. Gut. Ist Katapult. Und da haben wir schon das Hauptquartier. Hätte ich das gewusst, hätte ich die anderen Aufnahme nicht schon beendet. Scheisse. Upsi. Ähm. Da ist ein Goldener drin. Den holen wir mal raus. Uneinfache. Passt doch. Passt doch. Sehr schön. Äh. Habe ich ihn noch gerettet. Ähm. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ich da nochmal ein paar hin. Was willst du da bauen? Muss ich nicht verstehen. Glück ist das dann kaputt. War ja klar. Dass da noch ein Goldenen rauskommt. Das ist... Keine Kohle mehr. Wir haben hier aber noch vier. Hier war noch Kohle. Und Eisen. Möchtest noch einen hinschicken. Ups. Viel Land hat er nicht mehr. Bäh. Warten noch kurz. Ähm. Dann können wir da noch verbinden. Passt. Gott. Kann man ja nur noch rekruten. Ja, bitte. Kohle gefunden. Aha. Ein General. Da kommen noch Generäle. Sehr schön. Äh. Hakt ein Holz. Da wird sicher auch nochmal ein General drin sitzen. Ahtacke. Oh, da kommt noch ein General von oben. Nein. Aha. Wenn man da rauskommt. Jetzt sind wir aber ein paar Mal, mein Recruit. was ich richtig gesehen habe. Na toll. Oh. Oh. Warte, hat er klappen können Ah, wir kesseln den jetzt ein Fertig Bloß habe ich dann zu wenig Einheiten Um das Haugartier anzugreifen Ah komm, mach ihn alle Geht doch Wer ist da draussen Nicht hier oder so clever Naja, es gibt Dinge, die muss man nicht verstehen Da kommen nochmal Generäle Rekruten Ganz viele Rekruten Wunderbar Was haben wir hier drin So was Ja Gradieren wir jetzt komplett aus Vielleicht Hürmchen hat er Und dann Ist auch egal mit dem Steinbruch Ah ja stimmt, da ist ja auch noch ein Tod Nun habe ich vergessen Dafür ist das Katapult ja da Kann man das Haugartier eigentlich mit dem Katapult beschießen? Auch noch so eine lustige Frage Soll ich da ein bisschen die Münzen zulassen? Na dann komm, alle sechs Gib auf Du hast keine Chance mehr Eins Wunderbar Und wir Wie kann das nicht angreifen? Warten müssen ein paar Einheiten da sind oder was? Hä? Was soll das? Flächheit Kein Landgriff möglich Raschen Hat der Bull Hä? Oh hier der letzte Schuss Na Wehe du triffst nicht Lass er auch weg Da ist sie ja Ah komm Lassen wir stehen Wir gehen jetzt da rauf Und Attacke Dann gehört Japan uns Kann ich auch mehr hinschicken? Okay So haben es alle Nächster Nein Ah ist schon der Offizier Da kommt der General raus Eyes up Nimm ihn Bam Der Gewinner sind wir Spiel beenden Sie haben diesen Kontinent erobert Juhi Weltkampagne Sehr schön Nach Amerika können wir immer noch nicht Bleibt uns noch Australien und Grönland über Mal schauen was es wird Weiss es noch nicht Und somit wünsche ich euch Einen wunderschönen Tag Bleibt gesund Und ich hoffe ich sei beim nächsten Mal Wieder mit dabei Tschau Bis zum nächsten Mal Tschau 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 Bis zum nächsten Mal.